Unsere Erde. Aufgrund des perfekten Zusammenspiels natürlicher Gegebenheiten bietet die Erde alle nötigen Voraussetzungen für Leben. Sie ist für uns Lebensgrundlage und Heimat. Hier ist Perchtoldsdorf mit unserem Wahrzeichen, dem Turm. Ihm zu Füssen liegt der Ort, mit seinem charmanten Dorfcharakter, umringt von wertvollen Naturflächen. Zum typischen Ortsbild gehören auch die zahlreichen Weingärten. Die Weinbaukultur ist ein wesentlicher Traditionsbestandsteil Perchtoldsdorfs. Seit Generationen produzieren die örtlichen Hauer hochwertigen Qualitätswein. Der Brauch des Aussteckens verkörpert Regionalität und Saisonalität. Zwei wesentliche Prinzipien beim umweltbewussten Einkauf. Die Perchtoldsdorfer Heide ist ein besonderes Naturjuwel. Sie ist Lebensraum für zahlreiche seltene Pflanzen und Tierarten. Die Erhaltung des geschützten Trockenrasens verdanken wir dem Engagement des örtlichen Heidevereins sowie den zahlreichen Freiwilligen, die bei der jährlichen Heidepflegewoche tatkräftig mithelfen. Auch Gärten können die Artenvielfalt fördern, wenn wir heimische Pflanzen setzen, keine Gifte verwenden und etwas Wildnis zulassen. Im öffentlichen Raum setzen wir seit 2015 auf biologischen Pflanzenschutz und auf möglichst viel Naturbelassenheit. Der gemeindeeigene Mischwald wird nachhaltig bewirtschaftet und die Biomasse zur Produktion CO2-neutraler Fernwärme genutzt. Das geschlägerte Holz kommt in das EVN Fernheizwerk Mödling. Von dort wird die Wärme in das Perchtoldsdorfer Ortswärmenetz eingespeist. Wir alle können zur Reduktion der Energieverbräuche und Treibhausgase beitragen, indem wir Verschwendungen vermeiden, auf Energieeffizienz achten und erneuerbare Energien nutzen. Auch Reparieren, Tauschen, Laien, Weiterverwenden und Weitergeben sind wesentliche Beiträge zur Ressourcenschonung, sowie Mülltrennung, wenn die Wertstoffe dem Recycling zugeführt werden. Seit 2013 werden die Strassen in Perchtoldsdorf mit LED beleuchtet. Auch die öffentliche Innenbeleuchtung wurde schon fast zur Gänze auf LED umgestellt. Auf neun Gemeindeflächen befinden sich bereits Photovoltaikanlagen. Vier von ihnen sind Teil eines Bürgersolarkraftwerks mit über 200 Kilowatt-Peak. Mit 150.000 Quadratmetern südseitigen Dachflächen verfügt Perchtoldsdorf über ein großes Potenzial zur Erreichung einer weitgehenden Energieautokie. Schon jetzt erzeugen einige ihren Bedarf an Strom und Wärme selbst. Rund 200 Haushalte verfügen bereits über eine Photovoltaikanlage. Eine umweltfreundliche Alternative zum motorisierten Individualverkehr sind die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Anschaffung einer Vorjahreskarte wird seit 1997 von der Gemeinde finanziell unterstützt. Bei den Bussen gibt es durch die Förderung der Gemeinde einen eigenen Ortstarif. Nahverkehrsstrecken werden immer öfter mit dem Fahrrad zurückgelegt. Die Gemeinde kommt diesem Trend entgegen und beteiligt sich unter anderem am Ausbau des bezirksweiten Radhighways zwischen Mödlin und Wien. Für Gelegenheitsfahrten stehen der Bevölkerung ganzjährig fünf Nextbike-Radverleihstationen zur Verfügung, sowie ein elektrisch betriebenes Carsharing-Auto. Auch gibt es im Ort bereits rund 50 Elektroautos. Seit 25 Jahren ist Perchtoldsdorf Klimabündnisgemeinde. In dieser Zeit haben wir viel Pionierarbeit geleistet. Aber wir können noch mehr erreichen. Wir wollen möglichst klimaneutral und energieautark werden. Und damit zukunftsfit. Mit dem Schutz der Umwelt sichern wir nicht nur die Lebensgrundlage künftiger Generationen. Umweltbewusstsein fördert auch Gesundheit und Lebensqualität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017